Codemasters präsentiert Eines meiner absoluten Lieblingsspiele Es war eines der ersten Spiele überhaupt mit DirectX 10 Grafik Und da sehen wir noch mal Colin McRae Dirt 2 Trägt also auch noch den Namen Colin McRae im Namen Und ich freue mich hier zu sein Und jetzt klingelt gleich mein Telefon, das weiß ich doch noch Ja, hallo Travis Pastrana Soak in die Atmosphäre, Mann, das Rennen war sehr intensiv Insofern, du hast erstmals gesehen, wie Ken es macht Aber jetzt ist es Zeit für dich, zu zeigen, was du tun kannst Und um das zu tun, musst du einen Rennen von dir selbst Also hier ist es, Mann, ein Subaru Impreza STI Aber hey, das ist nicht ein normales Subaru Es war damals durch die Rallye-Legende Colin McRae Du hast einige sehr große Schuhe zu füllen Ja, wir müssen in große Fußstapfen treten, Colin McRae Oh doch, wir werden in diesem Genau, in diesem Gefährt werden wir um die Welt reisen Oh, ich habe fast vergessen, du musst deine persönlichen Details in, bevor du reisen kannst Was zu tun, was mit insurance- oder safety-regulationen Nein, keine Ahnung, schau es einfach rein und wir können starten Ja, wunderbar Teneff House hat uns hier begrüßt in unserem neuen Campingwagen, in dem wir jetzt um die Welt reisen werden Und ich nenne mich einfach mal so, wie ich auch wirklich heiße, und zwar Michel Hallo, M Jawoll, Michel Und ich würde sagen, wir fahren als norwegischer Neueinsteiger So ein bisschen, deswegen nehme ich mal Michel Östberg Ich weiß gar nicht, ob das Ding hier null... Ähm... Warte, aber Moment mal Ne, nicht so wirklich Deswegen, ich mache es mal einfach als OS... Hallo, Ostenberg Und wir sind quasi der Norweger, der jetzt anfängt Hier, seine Karriere zu starten Im Rally und Rallycross Norwegen Ja, ihr seht schon, ich habe das ganze Spiel auf Englisch eingestellt Deswegen, weil einfach die ganzen Sprecher hier Ken Block, Teneff House und so weiter, die haben halt ihre Originalstimmen Ähm... Ich habe mich mal als Mitch ansprechen lassen, das ist glaube ich ganz sympathisch Wir können noch mal reingucken, was hier bei den Nicknames noch so geboten wird Lightning, Leg Warmer, Lore, Knuckles, Knee High, Jawbone, Hairspray Gonk, Gronk ist auch dabei scheinbar Fuzzy Nuts, Flash, Duke, Donut Nö, ich lasse mich mal einfach als Mitch bezeichnen Das ist am nächsten an meinem Vornamen dran, und dann machen wir das mal Hey Mitch, hier ist dein Map Es bezeichnet alle Locationen für irgendwelche kommenden Events Du hast eine Rallycross-Erfahrung gewonnen Du hast eine Rallycross-Erfahrung gewonnen Du hast eine Rallycross-Erfahrung gewonnen Das wird die Rallycross-Erfahrung gewonnen Du hast eine Rallycross-Erfahrung gewonnen Ken hat eine Rallycross-Erfahrung für dich in London Es ist ein perfekte Ort für dich, dein neues Rally-Erfahrung So, bitte, deine Beklarung, bitte, deine Passport ist in Ordnung und bitte, dass du Englisch in England was du gemacht hast Gut, gut, ich hab schon mal vergessen Das Rallycross-Erfahrung ist Ich besser erzähle dir was, was sie sind Sie sind, einfach nur ein Multi-Car-Erfahrung und raced auf die Schrauben Die Rallycross-Erfahrung sind halb Offroad und halb Asphalt Das Rest ist ziemlich leichter Für gewinnen, mach nur die Rallye und die Schlussfolgerung in den ersten Platz Ganz einfach Hier ist eine coole kleine Sache die du möchtest schauen Es lässt dir die Schwierigkeiten für das Event Je schwerer du es machst, desto mehr Geld du wirst Du gehst, was du möchtest Wir gehen raus Ja, also für diejenigen die Englisch nicht so gut verstehen das vom Terner Faust Der hat uns nochmal so ein bisschen eine Einführung gegeben was jetzt so auf uns wartet hier Jetzt kommt ein Rallycross-Event Eben ganz klar Hälfte Asphalt, Hälfte Offroad und er hat uns nochmal so ein bisschen die Karte gezeigt und uns gezeigt, dass wir hier einstellen können das kenn ich natürlich Ich hab DIRT 2 schon anderthalb Mal durchgespielt so ungefähr Ist jetzt schon ein bisschen länger her wieder seit ich es angefasst habe damals auch mit Gamepad deswegen mit Lenkrad jetzt nur meine DIRT 3 Erfahrungen beziehungsweise zwischendurch immer mal so ein bisschen DIRT 2 und wir werden hier uns mal ein Schwierigkeitsgrad raussuchen Ich würde sagen Hardcore würde ich gerne spielen Allerdings finde ich extrem besser weil wir da eine Rückblende haben und für ein Let's Play ist es glaube ich sinnvoller wenn wir hier extrem nehmen da wir dann die Rückblende wie gesagt haben die eine für den einen großen Unfall und Plätze 1 bis 3 reichen ja theoretisch um hier gut durchzukommen und genug Geld zu sammeln Das machen wir mal und wir machen natürlich auch das Vehicle Setup an und auch den Damage auf voll das ist glaube ich die beste Wahl Ja ansonsten wie gesagt wir kämpfen uns hier erstmal durch warten so was uns hier alles präsentiert wird ich wie gesagt DIRT 2 Der reicht auch völlig aus der Subaru Ja wie gesagt DIRT 2 ist sehr abwechslungsreich äh abwechslungsreich sehr schön präsentiert wie ich finde und ähm ja macht einen riesen Spaß es ist eigentlich kann man sagen fast schon ein perfektes Rennspiel denn die KI ist super die Präsentation ist super die Grafik ist super für mich hat es nur ein leicht zu viel amerikanischen Touch ähm die Rallye Strecken sind sehr toll bei DIRT 2 die sind sehr schön eng noch enger als bei DIRT 3 und ähm anspruchsvoll auf jeden Fall äh so es ist auch mehr Rally irgendwie fühlt sich mehr nach Rally an und wir haben nachher so schöne kleine Spielzeuge die wir in unser Cockpit äh bauen können die sehen wir schon so ein T-Rex ein Totenkopf und sowas äh ganz nett äh Windshield Toys ich werde natürlich auch in der Cockpit Perspektive fahren Liverys können wir uns auch aussuchen allerdings werde ich erstmal kurz gucken ich hab nämlich grad ein neues Profil angelegt und da sind die Einstellungen ganz gerne mal ein bisschen durcheinander da werden wir gleich mal kurz gucken Controls machen wir nämlich gleich mal manuell sequenzieren dann müssen wir das gleich nicht im Rennen nochmal machen bei den Lenkrateinstellungen ähm auch die Dead Zones weg ich bin bei Rennspielen generell überhaupt kein Freund von Dead Zones muss ich sagen so so ist das okay und sequenziell haben wir auch gucken wir nochmal an die Audio Einstellungen da mach ich tendenziell die Musik immer ein bisschen runter wobei der DIRT 2 Soundtrack ist wirklich so das Beste was irgendwie so bei Rennspielen geboten wird aber damit meine Stimme dann nicht jedes Mal übertönt wird lass ich mal alles bis auf den Motor so ein bisschen weiter unten machen wir nochmal so ja der Repchat 3D Treiber ist hier installiert für perfekten Klang Force Feedback machen wir mal die Stärke hier auf 70 50, 70, 50 ist eine gute Wahl glaube ich hab ich vorher jetzt schon mal kurz ausprobiert jetzt würde ich sagen halt uns gar nichts mehr auf ins Rennen zu springen hier mit unserem Subaru WX STI wie gesagt dieses Modell auch schon in X Games 2007 von Colin McRae gefahren der dann ja verstorben ist und dem dieses Spiel quasi noch als letztes Spiel dieser Reihe mit Colin McRae Namen gewidmet ist und da er neulich seinen 45. Geburtstag hatte werden wir dieses Spiel auf jeden Fall nochmal hier ins Programm aufnehmen hier ist wo du dein Werkzeug ein wenig testestest und dein Fahrzeug zu testestest du brauchst diese Setzungen zu verändern depending auf der Typ der Track und der Typ der Event du raufst ja Travis gibt uns nochmal ein paar Instruktionen hier können wir uns selbst einstellen das ist wie bei DIRT 3 genau der gleiche äh rotz wollte ich schon sagen genau die gleiche Soße ähm ja Rallycross bietet sich bei ähm Getriebebesetzung ein bisschen weniger also ein bisschen kürzer an da man aus den Ecken besser raus beschleunigen kann Downforce lass ich da mal lieber in der Mitte da haben wir so eine Mischung aus schnellen Kurven langsam Kurven und Geraden deswegen bleibt das in der Mitte bei der Aufhängung ist es genau das gleiche die mach ich mal tendenziell ein bisschen härter um ein bisschen mehr Kontakt zur Straße zu haben genauso auch die die Wagenhöhe das Differential lass ich mal lieber in der Mitte dass es nicht zu hecklastig wird dafür mach ich aber die Bremsbalance nach hinten dass wir das Auto schön rumkriegen ja mal gucken wie es läuft die KI ist hier relativ stark das ist KD Justice auf die wir hier achten müssen und ich finde auch ganz äh jetzt erstmal die Cockpit Sicht ahja eine Sache hab ich noch vergessen die ich nochmal schnell einstellen werde und zwar das HUD das tut mir jetzt leid wir müssen nochmal ganz kurz erwarten und zwar beim HUD will ich nicht alles haben zum Beispiel diese Progression Bar die geht mir so ein bisschen auf den Nerv die ist da links ein bisschen zu viel auch die Näherungspfeile sind ein bisschen überladen finde ich das brauche ich nicht das merke ich auch so wenn jemand neben mir oder hinter mir ist ansonsten lasse ich das mal für euch alles an ich bin kein großer HUD Fan aber dann habt ihr ein bisschen mehr auch Übersicht übers Rennen und die Lenkrad Cam die wird dann wahrscheinlich hier unten links landen die seht ihr dann in diesem Moment jetzt schon also wollen wir uns erstmal konzentrieren kurz was geht hier los mal sehen ob wir unseren Einstand hier in London packen können wow ja die Wassereffekte auf der Scheibe die sind hier bei Dirt 2 irgendwie geiler als bei Dirt 3 ich weiß gar nicht warum sie die bei Dirt 3 nachher so grobpixlig gemacht haben das Wasser wirkt bei Dirt 2 viel feiner warum auch immer so unsere Übersetzung wie gesagt ist sehr sehr kurz ja das hier ist ganz klar zu erkennen better see gibt es natürlich auch nachher noch bei Dirt 3 und auch bei Dirt Showdown diese Rampe und diese diesen Abschnitt dort unten ja wir holen wieder ganz gut auf hier vor uns ist gerade ein Lancer von Tom Dent der hier auch ein bisschen langsam unterwegs ist das ist ja Dave Mirra eben schon mal kurz im Intro gesehen auch heute immer noch beim Subaru Puma Rally Team in der Global Rally Cross Championship unterwegs in den USA so wir haben uns schon mal auf Platz 2 vorgeschoben letzte Runde gerade Katie Justice nur noch vor uns jetzt ist wieder erstmal ein Blindflug angesagt man sieht echt gar nichts so ich bin mal gespannt ob wir noch die Katie da haben uns innen reingedrückt also hier wird nicht so leicht aufgehen aber da hilft uns jetzt unsere schnelle Beschleunigung aus der Kurve heraus das ist das was ich meinte man kommt gut aus den Ecken oh das war zu viel das war zu viel das war zu weit wow 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 komm schon Führung behalten noch ein paar Kurven dann haben wir hier unser erstes Rennen hinter uns gebracht so gleich kommt das Ziel und wir dürfen ja das dürfte geschafft sein so der Wagen hatte schon einen kleinen Rechtsdrall da sehen wir unseren No 4 Subaru und ich werde jetzt nochmal in die Wiederholung ja die kommt ja schon von alleine da werde ich nochmal ein bisschen reinschalten und nochmal so was erzählen und zwar ja erstens mal ist es mir eine Herzensangelegenheit dieses eines meiner absoluten Lieblingsrennspiele nochmal hier auf dem Kanal komplett zu let's playen das will ich mir gar nicht nehmen lassen und zweitens nehme ich schon mal diese DIRT 2 Folgen jetzt im Voraus auf das heißt wenn ihr jetzt kommentiert werde ich darauf nicht mehr reagieren können nur meinetwegen Cockpit Perspektive ist doof oder sowas kann ich dann erstmal nicht ändern weil ich nehme DIRT 2 mal so ein bisschen für schlechte Zeiten auf das heißt ich ziehe bald um nach Köln und wer weiß ob ich da mal zwischendurch gar nicht landet habe deswegen nehme ich diese Folgen schon so ein bisschen im Voraus auf legen wir die ein bisschen auf Kante und wenn da mal ein bisschen so ein, zwei Wochen kein Internet ist kann ich euch hier noch ein bisschen Action bereitstellen und was bietet sich da besser als geile Musik geile Action und ja coole Stimmung so ein bisschen sommermäßig das ist ja alles so eine Sommerstimmung hier das passt gut zum Sommer und dann könnt ihr euch Rennspiele mäßig hier noch ein bisschen verblieben ja das also dazu nebenbei bemerkt sind die Bilder hier richtig geil und die Grafik von DIRT 2 das könnten sie heute noch verkaufen würde Spitzenwertungen bekommen also da sieht man überhaupt nicht dass das Spiel jetzt mittlerweile vier Jahre ja knapp alt ist also Wahnsinn richtig toll und wir haben hier unseren Sieg geholt herrlich ja Tom Dent hat das auch schon bemerkt und wir machen weiter Michael Osberg hat sich schon mal ein äh ein erstes Zeichen gesetzt hier in London ah da da ja Klingelt schon mal an der Kasse fast Level 2 erreicht jetzt guckt bestimmt gleich wieder jemand an Wetten ja gleich mal für den Subaru neue und ein Dodge Power Wagon sicherlich für die Baja Rennen ja genau da wird schon Kalifornien auch Kroatien ja wunderbar wir wurden jetzt nach Kroatien und nach Baja Kalifornien eingeladen Baja Spanisch ausgesprochen ja diese Rennen diese Baja Rennen in Baja Trucks die gibt es tatsächlich das ist hier keine Erfindung vom Spiel das ist alles relativ an der Realität angelehnt auch die dicke Monster Energy Dose die da eben noch auf dem Tisch stand die jetzt aber weg ist also das ist auch geil finde ich dieses Menü das vermisse ich so sehr bei Dirt 1 äh bei Dirt 3 bei Dirt 1 auch da gab es das auch nicht aber ich finde das irgendwie so geil in diesem das war auch bei Formel 1 so da liegt dann diese Details so eine Flasche liegt da noch das Handy liegt da auf dem Tisch also so ein Ordner hingepfeffert einfach das finde ich richtig genial und das dann auch immer sich außen die Umgebung ändert also an was für Details hier gedacht wurde es ist so detailverliebt auch diese Kochecke da und äh ja übrigens auf dem Laptop ein kleiner Fun Facts wenn ihr mal genau hinguckt da rechts unten in der Ecke da läuft gerade Colin McRae Dirt 1 da ist auch noch so ein Poster an der Wand also ganz cool oben sehen wir der Fernseher läuft gerade ich glaub sogar noch ein alter Röhrenfernseher relativ geil ja genau da kann man hier auch rausgehen halt und ähm so ein bisschen die Autos angucken da sitzt unsere Beifahrerin die wir übrigens auch umstellen können da kann ich auch mal reingehen natürlich haben hier auch alle DC Pullover an weil das Ganze irgendwie von ähm kein Block gesponsert ist haben auch Monster Energy also die ganzen kein Block Sponsoren die sind hier sehr stark vertreten ähm genau ich kann hier mehrere Beifahrer im Laufe der Zeit freischalten zum Beispiel hier die Chloe Brooks die ist noch gesperrt ich mach gleich mal die technischen Ansagen das ist mir ein bisschen lieber ist ein bisschen professioneller wir können hier auch nach und nach die Verhältnisse zu den ganzen Namen Fahrern äh verbessern also Dave Murrah gibt es wirklich ist tatsächlich ein echter Rally Cross Fahrer Jay Taylor und Katie Justice sind meines Wissens nach Erfindungen ja Mohamed Benz Sulayem der taucht auch oft auch oft auch Ken Block natürlich auch ein echter Fahrer genauso wie Tanner Faust der heute übrigens auch das amerikanische Top Gear oft macht äh und Travis Pastrana die sind alle wirkliche Fahrer die gibt es tatsächlich im echten Leben und das sind immer noch allesamt Rally Cross Fahrer oder Stunt Fahrer wie auch immer man die nennen möchte aber wir machen jetzt weiter und zwar würde ich sagen mit einer klassischen Rallye in Kroatien das sind wirklich richtig schöne Stages dort ja und wir holen uns hier mal ähm bei der Velle Bitzka Aventura Rallye Brembo am Hairpin Run ja also mir muss man nicht erklären was Rallye ist aber natürlich für alle die es nicht wissen ja ja cool aber dein aktuelles Auto ist nicht zur richtigen Rallye Spezifikation Normalerweise musst du ein Rallye Pack kaufen um deine Fahrer zu schaffen aber ich werde das Geld für diesen geben ja also wir haben schon nur 42.000 Euro mit denen wir hier uns schon ein Auto zulegen könnten und ich werde ganz klassisch erstmal beim Subaru bleiben jawohl Subaru WX STI in der Gruppe N den nehme ich jetzt erstmal und soweit ich weiß haben wir ja gerade schon mal da so eine kleine genau wir haben uns schon Lackierung freigeschaltet und das hier die No-Fear-Lackierung mit der Colin McRae auch damals bei den X-Games gefahren ist die nehme ich hier erstmal haben wir jetzt auch schon was für die fürs Innenleben des Autos ich glaube noch nichts nein aber wir nehmen auf jeden Fall mal den goldenen Subaru mit der No-Fear-Lackierung und legen direkt los ab geht die Post kann ich mich ja eigentlich auch umschauen ne zoomen kann ich auch nicht zumindest nicht mit dem Lenkrad ähm ja man sieht es vielleicht auch auf der Lenkradcam dass die ähm die 27 LEDs nicht ganz wirklich stimmen also die sind leider bei Colin McRae Dirt 2 verwackt falls da nochmal nachdenklich jemand einen Zipp für mich hat oh yeah das war übrigens Ken Block ja Rally machen wir mal ein bisschen weniger Downforce machen das das lassen wir in der Mitte ähm Fahrzeuge ja wir haben hier eine Schotter Rally ich werde sie mal ein bisschen hochsetzen und auch die Bremsverteilung bis nach vorne um hier ein bisschen mehr Kontrolle zu bekommen ist äh relativ mit vielen Haarnadel kurz also ja Brad Markowski das ist hier derjenige den wir uns anschauen sollen vor uns stand gerade ein Lancer Evo 9 und jetzt sind wir dran relativ kurzer Lauf glaube ich und man sieht schon die G27 LEDs die sind ein bisschen zu hoch angesetzt mhm so der Start war nicht ganz perfekt aber wir gucken mal also aus der Erfahrung weiß ich dass die KI hier relativ gute Zeiten hinhaut da sehen wir wo wir bei dem Split Time zu landen werden also ich werde da nicht großartig hingucken ganz einfach weil ich mich mal ein bisschen auf die Strecke und den Beifahrer konzentrieren muss 40 hier bin right 60 hier bin left don't cut 100 so gleich kommt wieder in die Zwischenzeit ich hab die erste nicht gesehen wirklich eben ja mit der Bremsverteilung kriegen wir das doch ganz gut in die Kurven gelegt das Auto und ich fühle ganz hauchdünn vor dem Craig McDonalds sehe ich gerade so hier kommt eine knifflige Stelle hier vorne scheint es einen Unfall gegeben zu haben da muss ich gleich mal aufpassen so Achtung da sind Steine und left 4 long 60 right 4 into left 5 keep in right 3 40 left 3 60 ich glaube das ist dann auch die letzte Kurve kommen wir fast ein bisschen so weit raus und dann kommt das Flying Finish und wo landen wir 1 47 3 5 jawoll bam erster Platz Junge geil sehr guter Lauf wir schauen uns nochmal kurz ein bisschen in die Wiederholung so den Start mal an weil es ist ja echt immer wirklich sehr schön anzusehen hier wie der Subaru da durch das kroatische Hochland brettet also Kroatien muss echt geil sein ich war noch nicht da ich höre es aber immer und die Leute schwärmen genau über das was man hier so sieht weißt du diese diese weißen Felsen und diese hellgrüne diese hellgrüne Vegetation das ist ein geiler Kontrast auf jeden Fall es ist ja gar kein Kontrast das sieht einfach nur cool aus ja hier noch ein bisschen Urlaubsstimmung ein bisschen Sightseeing ja wunderbar die Bewegungen des Autos wirken hier sehr schön nachvollziehbar die Bremsscheiben glühen wunderbar und ja einfach nur schöne Bilder mit sehr realistischem Hauch ach 2 Sekunden Vorsprung wunderbärchen gegen Katie Justice und Craig McDonalds das ist übrigens hier im Hintergrund ähm na wie heißen sie denn? Rise Against klar hoffentlich kriege ich hier keine Musikprobleme noch mit den mit der Aufnahme das wäre natürlich ein bisschen älgerlich so aber ich will hier ganz ehrlich nicht auf diesen wunderbaren Soundtrack verzichten ey Mitch, das war ein massiver Winn eww, massiver Winn jetzt kriegen wir auf jeden Fall wieder neue Events zugeschanzt denke ich mal oder, oder, oder? jetzt müssen wir erstmal nach Bara ja ich habe jetzt auch den Skull freigeschaltet den werde ich gleich mal für alle Fahrzeuge übernehmen jetzt geht es erstmal an den Strand hier mit dem Landrush Fahrzeug in den Ensenada Sprint zwei Runden jawohl, das war die erste Folge Dirt 2 ich hoffe ihr habt beim Zugucken genauso viel Spaß wie ich beim Fahren und ähm ja, beim nächsten Mal geht es eben in Baha weiter und wenn ihr mal richtig simulationsbasierte Rallye sehen wollt dann habe ich hier noch ein kleines Gameplay kommentiert von der Rally World Mod 2013 mit dem Peugeot hier bin ich in Slowenien unterwegs sehr sehenswert und dann noch hier links unten die letzte Folge vom Dirt 3 also der Nachfolger im Multiplayer da haben wir auch sehr viel Spaß an der ganzen Sache schaut doch mal rein und dann bis zur nächsten Folge danke